Ein herzliches Willkommen zurück zum Five Nights at Freddy's Plus Remake Ähm, ja, wir spielen weiter, wir haben aufgehört bei Nacht... Also wir haben bei Nacht 3 aufgehört, wir spielen jetzt Nacht 4 Und wir haben im ersten Part schon mal durch den Bug Nacht 4 gespielt Und es ist sehr schwer Deswegen bin ich jetzt mal gespannt Ja, die Country-Musik Ja Ich werde es, denke ich, mal so machen, dass ich wieder Nacht 4 jetzt einzeln machen werde Insofern nicht die schaffe Gucken wir mal, wo ist denn hier... Hä? Da, okay, perfekt, nee, hä? Ja, Sweet Little Girl Genau hier Ah, guck mal, direkt aufeinander gefunden Demnächst kommt auch wieder eine Folge Subnautica Ich wollte eigentlich noch warten, bis mein neues Mikro ankommt Aber das dauert jetzt noch zwei Tage Ja Deswegen, ähm... Werde ich heute, jetzt... Heute Abend nochmal eine Folge aufnehmen So Das ist wirklich so Country-Musik, ne? Mäßig, so Da Oh, 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 jetzt geht's los Leute Jetzt geht's los Oh, nein Bitte nicht Ich lass den Telefon-Dude jetzt widersprechen Ähm, wie in der letzten Folge Hm, quasi ausreden Mhm, hi Ah, Chica ist da weg Bundy ist auch direkt weg Okay Proxy ist da... Okay Ich will gar nie wissen, wie Nacht 5 wird, ne? Für die... Ja, super Mhm Ja, was? Nein Abhütten Abhütten Aber in der Endeffekt Wir just... Threw it away After that One of our bullets just disappeared Was? One of the employees simply threw it away Since no one needed it anymore Oh! 1992 and 1984 Were clearly the best bullets in our company's history That's Freddy Well, we will hear from you tomorrow Good luck Oh Gott Abhütten Nein No way Oh, oh Das war jetzt knapp Oh, oh, das schaffen wir nicht mehr Fuck Das wird... Also... Gott Wir haben 65% und wir haben nicht mehr... Oh... Da müssen wir es dann immer zweimal versuchen Ah Okay, da warten wir jetzt... Äh... Okay Was ist mit ihm eigentlich? So falsch gelaufen Rew it away Vielleicht hier hin Okay Fuck, wir haben 50% Ja, obwohl... Oh mein Gott, diese Musik Wie... Die... Äh... Leute ich bin mit... Ah... Oh mein... Ah... Oh oh mein Gott... Junge... Alter Boah Junge, du Ich hab mich voll hier so erschrocken Alter Was hab ich denn, ich glaub, weil er so nah war Ich glaub, das war der Fehler Ich hab mir sowas, als ich die Tür abgemacht hab, hab ich gesagt Nicht, dass er jetzt jumpscared, weil er so nah sich angehört hat Da war mein Da hatte ich doch die richtige Sweet little blue The girl, keine Ahnung Da oben Alter, ich hab mich so ähnlich, ne Ich hab noch nie in meinem Leben so hart erschrocken Ich weiß nicht, ob er das Alter Junge Da Nein, jetzt müssen wir wieder Da hinten Oh nein Oh oh Ich will nicht Vielleicht finden wir Passwort heraus oder wo Puppet ist Ich hab nämlich nicht richtig zugehört Oh mein Gott Was war das Was Was war das Das hat Alter Das ist so ein gutes Thumbnail Wir lassen ihn wieder aussprechen Wir lassen ihn wieder aussprechen Und die Fakt ist 1982 Und 1984 Äh, 1984 Vor, glaub ich Oh We'll hear from you tomorrow Good luck Warte Ach Quatsch Falsch 1984 oder 1982 Oh, oh, okay, beim nächsten Mal Boah, Junge Mhm Okay Wir müssen warten, bis Freddy weiter weg ist da Gut Vielleicht war das der Pincode dann So was wie 1984 oder so hat er gesagt, ne Ich hab's nicht richtig verstanden Aber wir sind, glaub ich, besser dran als Na wohl Geh beim nächsten Lachen wieder zu Aber wo meinte denn es Puppet Oh, Puppet Ich werde so Schüsse haben davon Ah lol, der deaktiviert quasi die Camps, ne Wir Okay Okay, wenn er noch einmal lacht Shit Bitte nicht Okay, wir müssen auf Paxi aufpassen Nein Nein, 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 ich hab Nein, bitte Was? Oh nein, jetzt kommt ein Jumpscare Ja, okay Oh, oh, oh Wiske Nein Oh mein Gott Aber wir wissen, dass Puppet da ist Ich wusste, dass er jetzt in Jumpscare kommt, aber Ich hab mich trotzdem erschrocken Naja, egal, ich lass es mal für heute stehen Ich hoffe, es hat euch gefallen Das gerne liken und ein Abo da Schaut gerne auf Twitch vorbei Wir probieren es das nächste Mal nochmal In einem längeren Video oder in einem Livestream Ähm Nun gut, aber bis dahin Äh, bis zum nächsten Mal Und tschau 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 Vielen Dank.